Wir können nichts abmachen, wir brauchen nicht rausfliegen, ne? Aber hier könnten wir den Schildschirm mal geben, glaube ich, oder? Hier, ein Schild, jemand? Okay, scheinbar nicht. Dies ist der Standort eines Springbundes, der bei Brand im Jahr 1812 irreparabel zerstört wurde, okay. Da brauchen wir eine Blitzen, und ein Wimmelbild, natürlich, ei, 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 gut. So, gemahlener Pfeffer, was haben wir da? Trockenobst. So, das ist er. So, Säge haben wir da. Das ist eine Tasse. Eine Hose. Eine Rabe. Ist nie ein Rabe. Eine Schere, einen Hammer bräuchte ich nur noch. Oh, das ist wieder Rabe, okay. Ups, ne, der Hammer. So, ich bin jetzt durch. Oh, wunderbar. Haben wir alles? Wir kriegen einen Maiskolben, okay. Dann können wir den da vielleicht weglocken. Oh, komm, komm, das Blitzding. Das können wir ja hier einsetzen. Oh, wir kriegen irgendeinen Schlüssel, okay. Gut, so, wir gucken mal hier. Stimmt, hier neben mir Trotschka können wir jetzt das Siegel einsetzen. Wir kriegen eine Läuferfigur, okay. Gartenschlüssel. Achso, ach, hier. Nee, hä? Ja, genau, dauert es schon schön. So. Tada. Sieht schon ein bisschen das Haus aus. Guck mal, wir könnten jetzt die Sachen... Achso, hier muss ich einfach alles umsortieren. Okay, schau'n's. Äh. So, und was kriegen wir da? Eine Linse, okay. Ballett, äh, irgendwie aufziehen, okay. Geben wir noch eine Taste. Schön. So, hier brauch ich natürlich mal einen Speißbrenner. Ich hätte mir gut gebrauchen, ne? Aber, den haben wir ja weggetan. Wir haben uns aber gedacht, ja, wir brauchen keinen Speißbrenner mehr. Ist das ein Wappen, das... Okay. Darum ist ein Fenster, können wir da rein? Nee. So, vor der Straße... Vor allem muss da noch was sein. Ah. Ein Aufziehding, natürlich. So, kommen wir jetzt wieder... Nein. Können wir jetzt wieder hier in den Garten und da die Spiele aufziehen. Ah, okay. So, die haben wir komplett... Die kleine... Die kleine Siegel und die Tasten. Tasten hatten wir aber hier. Naja. Ja. Oh, okay. So, was haben wir gekommen? Ein Juwelstück, okay. So, das ist anscheinend hier. Können wir das mal hier? Zeitreise. So. Okay, hier haben wir das Schachbrett. Jetzt holen wir den Läufer. Okay, hier können wir auch nichts mehr machen, wie es scheint. So, hier können wir noch was machen. Das stimmt, wenn wir jetzt hier... Äh... Kleine Siegel. So. Aber so, wenn wir das drauf richten, ist die Frage. Ach, hier ist auch noch einer. Können wir den Arm irgendwie bewegen? Ne. Was lässt du denn gehen? Okay, dann blockiert den natürlich. So, du gehst noch da, du kannst da hin, du kannst den da vielleicht erwischen. Ne, kannst du nicht. Ich kann die nicht einstellen hier, hm. Wieso soll das denn gehen? Ne. Ach so, das soll ich da hin zeigen, okay. Das weiß ich natürlich auch instans, so. Okay. Fand ich jetzt schon ein bisschen arschig, weil das kann ich ja nicht wissen, dass der hinten irgendwo hin zeigen soll. So, hier soll ich was machen. Was soll ich denn hier machen? Ach so, hier soll man das Herz wahrscheinlich einsetzen. Zukunftshänderung, okay. Wahrscheinlich ist der Boden jetzt immer noch da. Zack, zack. Okay. Okay. Schön, dass wir das alles mitnehmen dürfen. So, ja, dann. So. So und so. War ja nicht allzu schwer. Und wir kriegen eine Schachfigur, natürlich. Die können wir jetzt da wieder einsetzen hier. Ne, was kann ich denn da hin? Okay, woher noch den schwarzen Turm? So, hier können wir was machen. Was haben wir denn hier? Ach, ein Wimmelbild, okay. Äh, Stock mit Harz. Was soll ich damit? Ich weiß nicht genau, was ich damit machen will. So, eine Scheibe Käse. Aber was will ich jetzt damit, frage ich mich. Hä? Hey, da hab ich doch schon fünfmal draufgeklickt, aber gut. So, eine Sandale. Äh, ein Beutel. Haben wir da ein Gänseldümchen. Man, ja, ist das da oben. Ein Schmetterling haben wir daneben direkt. Eine Raub haben wir da, wenn wir das Harz. Eine Eidex haben wir da. Eine Rune. Was ist denn hier eine Rune? Die da? Okay. Und eine Stecknadel. Okay. Stock mit Harz. Nice. Gut. So, hier haben wir nix. Da haben wir nix. Da kann ich was machen. Kannst du mal hier an, was du hier machen? Ach ja. Kannst du ja jetzt das Ding da oben holen mit dem Stockassart. Stockassart hat es genug. Oh. Und da haben wir den Turm. Okay. Okay. So. Wir kriegen einen komischen Stempel. Dämonensiegel. Okay. Was haben wir mit dem Dämonensiegel machen können? Hier können wir was machen. Ah, okay. Manche Sinn, das ist es. So, das Schild einsetzen. Ah, okay. Wir brauchen also den Handschuh dafür. Oh, da gucken wir uns erstmal die letzte Vision an, würde ich sagen. So, zack und zack. Töp, 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 töp. Töp, töp, töp. Okay, gut. So, Metallplatte, Kohle. Hier schon mal die Kohle platzieren, wo an dem Metall... So, wahrscheinlich wäre das, was ich die ganze Zeit haben wollte. Das Kabel hat gerade gelöst. Oh, ne, ist da einfach unterwegs noch, klar, okay. Gut, was sollen wir jetzt hin? Hier sollen wir hin, okay. Ach, weil hier ist ein Wimmelbild, okay, gut. Sonnenblumenkerne, Lust da vielleicht? So, wo brauchen wir denn eine Flasche? Da haben wir eine Flasche. Eine Schaufel. Okay. Okay, so, wir öffnen die Kiste. Kartoffeln, natürlich. Einen Nussknäcker haben wir da. Einen Pinsel. Wollen wir denn hier den Painting-Pinsel? Einen Haken. Welchen Haken meint ihr? Hier sind zu viele Haken. Ich weiß es nicht, okay. Einen Haken habe ich doch bekommen, okay. Einen Eimer. Was ist denn einmal? Ach, da ist der Pinsel. Ganz großer Pinsel. Wir kriegen einen Eispickel, okay. So, ich höre mal das Eispickeln hier. Okay, hier können wir jetzt was machen. Das ging aber nicht. Ach so, mit dem Eispickel können wir jetzt die Dating-Rostrange rausholen. Ich drücke einfach unbedacht. Kannst du das schneller lösen. Insofern kann ich das nicht weg-ixen. Ich hasse solche Rätsel eigentlich, muss ich jetzt ehrlich gestehen. So. Weil es doch wieder immer einen hier nicht geht. Immer. So, so. Geht der wieder nicht. Geht die wieder nicht. Ja, ich will lösen, bitte. Ach nein, Mann. Ja, löst. Danke. So, fertig. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Symbol, okay. So, und wir kriegen einen Ring, okay. Den Ring können wir dann der Statue wahrscheinlich anziehen. Dann öffnet sich hier die Tür, okay. Boah, diese Auflösung. Boah, diese Auflösung.